Hey Leute, wassup? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Doom 3 BFG Edition, The Lost Mission, also die neuen Levels, die eingefügt wurden bei dem Doom 3 Remake oder Remastered, besser gesagt. Ich bin Moonboon, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir befinden uns... Wir befinden uns auf der Wartungsebene von Mars City, nachdem wir... Oh, ist das von... Wie war der Code? 7, 3, 1, 1, 1, 3, 7... Fuck you. Also, nachdem wir die Stromversorgung wieder hergestellt haben, David Voss, E-Mail, Sicherheitscode 731, oh nein, wahrscheinlich ist das nicht, das ist eine andere. Mal gucken, ob hier irgendwo ein PDA rumliegt. Ich würde es schon gerne aufmachen und gucken, was da so für ein Luder auf mich wartet. Bist du tot? Oh, hey Bro, bist du ein PDA dabei? Zufällig? Nein? Oh, da gibt es was zu trinken, da müssen wir rein. Das hier erinnert auch wieder total an den Anfang von Doom 3. Oh, das ist ziemlich groß gerade hier alles, oder? Sehe ich das falsch? Ist das schon das da unten? Tot? Ja. PDA? Nein. Da komme ich halt so auch nicht rein, oder? Okay, aber ich könnte wetten, dass da drin das PDA liegt, für das Sicherheitsschränkchen. Was ist denn hier unten? Ach, da gibt es eine Leiter, da gibt es eine Leiter. Ist da oben zu? Welches ist denn? Ah, okay, also wir müssen erstmal da runter. Okidoki. Ist hier was? Nein. Stromkabel. Was für ein bescheuertes Aiming. Yeah, die waren gut. Oh, ich bin in der Ecke. Das ist nicht gut. Da hin. PDA? Nein. Irgendwas zum Betätigen? Auch nicht. Hat sich ja toll gelohnt hier. Ich kann nichts gebrauchen, nicht mal leben. Was ist da eigentlich los? PDA? Ich will den Code. Und wenn jetzt das Letzte ist, was ich tue. Nicht das Fass treffen. Nicht das Fass. Oh, das war knapp. PDA? Nein. Du? Vielleicht da unten. Vielleicht. Gucken wir uns. Komm ich da runter? Holy shit. Jetzt wollen sie das lösen hier. Komm ich lockig neben das Fass. Das macht es einfacher. Komm ich jetzt da runter? Ja oder nein? Sieht nicht so aus, ne? Aber da ist so viel Platz. Da ist so viel Platz. Und ich bin so fett. Fuck. Du kommst bestimmt da runter. Ich verstehe immer noch nicht, wie das auf Veteran sein soll. Bis dahin ist das so einfach. PDA? Oh. Oh, links von mir, links von mir. Ah ne, das ist da oben gewesen. Oh, links von mir. 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 Ist das so einfach? Ich weiß nicht so. Das sieht auch nicht so aus. Das gibt's doch nicht. Ich bin schon so weit weg von diesem Schrank und hab nix gefunden. PDA? Bestimmt. What? Bin ich im Kreis gelaufen? Geile Aktion, Moon Moon. 10 out of 10. Bist du eigentlich tot? Das sieht nicht so tot aus. Aber auch kein PDA. Verflucht. Ähm. Komm ich da rein? Wieder nicht, ne? Doch, da. Bist du tot? PDA? Nein. Aber Rüstung. Sicherheitszone. Yay! Oh! PDA! Erstmal gucken jetzt. Das war irgendwas mit 50. Dieses, ähm... Dieses... Dieses Schränkchen. Bradley. Awe-Bier. Endlich ist jemand gekommen und wieder aufgefüllt. Ah, ah, ah! 54, der neue Code. 631. Alles klar. Vielen Dank. Was hat er hier mit einem Bier? Bin dabei. Okay, mehr brauche ich nicht wissen. Hahaha. Stromausfall. Reserve-Batterie an. Sichern Sie Ihre Dateien. Datensicherung. Sicherung durchgeführt. Herunterfahren. Cool. Bin ich nicht ein verantwortungsvoller hier, Marine? Ich sichere sogar die Daten von UAC. Aussichtspunkt. Ja, komme ich jetzt zurück? Oder wo komme ich... Oh. Wo komme ich jetzt hin? Hä? Ah! Nein! Nein, 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 nein. Oh, shit. Nicht im Ernst, Leute, oder? Nicht im Ernst, Leute, oder? Holy shit. Was für ein Psycho, ey. Oh, leck mich am Arsch, Mann. Wo komme ich jetzt hin, wenn ich da hingehe? Komme ich da einfach wieder hoch, oder was? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich mache jetzt mal Quick Save. Und wir testen das aus. Aber ich würde schon gerne noch die Sicherheitsstation aufmachen. Kommen jetzt noch mehr Spinnen. Dann drehe ich am Rad. Bin ich? Where the fuck am I? Oh. Hey, Bro. Oh, Rüstung. Oh, Zombie. Leben? Gibt es irgendwo Leben? Jetzt könnte ich es gebrauchen. Die ganze Zeit werfen sie es mir hinterher. Oh, nein, Marines. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, klar. Dauerfeuer, oder was? Willst du mich verarschen? Wie soll ich da durch? Ah. Ah. Komm schon. Ich muss mich nur holen. Ah, der bleibt da hin. Okay. Viel Leben haben wir nicht mehr. Wir müssen aufpassen. Leben. Wir müssen aufpassen, sagt er. Als er wie ein Gestörer durch die halbe Map rennt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. Komme ich jetzt wieder zurück? Oh, noch mehr Leben. Oh, nein, 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 nein. What? Das war... Das war also der umgekehrte Psychologie. Ich habe gedacht, der spawnt bestimmt hinter mir. Und dann drehe ich mich um und dann spawnt er da hinter mir. Fuck. Ist das Ding aufgegangen, oder was? Ja, geil. Geile Aktion, Moonboon. Geht's? Oh. Oh, nein, Penismann. Ich habe mich doch geduckt, du fucking... Nein, wir sind gestorben. Wir sind gestorben, zum ersten Mal. Das ist aber nicht gut. Äh, was ist hier, was? Okay. Äh, okay. Jawohl. Welches kann ich ihm diesmal einen ins Gesicht schießen? Und für den Penismann habe ich jetzt auch was. So, so viel dazu, ihr Ficker. Das ist das Falte. Ich will wieder zurück zu meinem, wo ich herkam. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich zurückgehe. Ich weiß nur nicht, warum ich das Gefühl habe. Hey, da war ich schon. Und da gibt's... Fuck. Ich habe gerade gedacht, ich höre doch Schritte. Da unten gibt's Leben. War ich da wirklich schon? Keine Ahnung, ob ich das war oder wer das war, aber... Oh, ne, da gehen wir jetzt hin, so wie es aussieht. Schlüsselkarte? Oh, nice. Verschaffen hier immer eine Sicherheitsinformation zu einer Warnungsebene. Äh, ja. Das können wir tun. Kein Problem. Oh, Secrets! Wir finden die Geheimnisse. Ja, Leben. Leben ist gut. Ich lebe, weil ich ein Soldat bin. Okay, da springen wir jetzt runter, oder was? Na klar. Wir sind wieder da! Oh, oh. Und wir sind nicht allein. So. Jetzt mein Freund. Oh, yeah! Oh! 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 Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Holy frickin' molly! Oh, shit! Da ist noch einer. Ich liebe Doom. Ich liebe es einfach. Ich weiß nicht. Es ist genau das, man erschreckt und denkt, oh, shit! Den habe ich gerade eben erst gesehen. Komme ich mit ihm klar? Und dann ist man gerade fertig und im nächsten Moment fliegt schon wieder eine Kugel auf einem zu. Und ich finde, von diesen Momenten gibt es viel zu wenig bisher. Es muss viel mehr geben, wo mich so unter Stress setzt. Wo ich total durchdrehe. Weil es so schwer ist. Das fehlt mir einfach noch. Quicksafe! Okay. Hallo? Hallo? Niemand da? Böhm. 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 So ein bisschen Slendermusik wäre es geil. Gesichert. Abriegelung deaktivieren. Oh, das hört sich nie gut an. Jetzt haben wir volles Leben. Toll. Danke. Sicherheitsfamilion deaktivieren. Zugang zur Suche ist für Autorisierung. Es kann normalen Erlauben. Okay. Bin ich autorisiert? Wahrscheinlich schon. Na, was? Magazin? Magazin? Oh Gott. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Das gefällt mir gar nicht. Das sind doch Luftschleusen, oder? Ja. Oh, 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 oh. Ah, nee, das ist jetzt nur eine Transportbucht. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum, bum. Ah, ja, keine Luftschleusen. Okay. Gelange die untere Wartungsebene ins Exis-Labor. Zahlreiche Objekte bewegen sich auf sie zu. In ihrer Nähe sollte sich eine Wachroboterstation befinden, wenn sie Hilfe benötigen. Oh Gott, hört ihr das stöhnen und schnaufen? Penis, Mann! Penis, Mann! Oh Gott. Das hat auch das Stöhnen erklärt. Hey, was bist du? Du lagst gerade eben aber noch nicht hier, oder? Penis, Mann, ne Tag, Mann. Hey, Zombies! What's up? Ich hab genau dasselbe an. Oh, Roffel. Fashion-Nerds. Fashion-Nazi-Zombies. Hab ich dich geweckt? Entschuldigung. Bleib liegen. So, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen dann mal an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr reingeschaut habt, hier wieder bei Doom 3. Falls euch das Video gefallen hat, denkt dran, es zu bewerten und Kommentare zu schreiben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.